Ich grüße Sie ganz herzlich zum Wetterupdate. Weite Teile Deutschlands sind eingeschneit. Keinen Schnee haben wir aktuell entlang der Nordseeküste auf den Inseln und auch entlang des Rheins. Da ist es stellenweise schneefrei, wie zum Beispiel in Düsseldorf. Dort, wo jetzt aktuell schon Schnee liegt, da bleibt es auch erstmal weiß, denn wir haben es mit Hochbrigitta zu tun. Das sorgt zwar für trockeneres Wetter, aber gleichzeitig kommt mit diesem Hoch auch ganz schön kalte Luft aus dem Nordosten zu uns. Die Niederschläge, die lassen aber erstmal nach. In der Nacht, da gibt es nur noch hier in dieser Ecke Erzgebirge Lausitz und im äußersten Süden ein paar Flocken. Später gegen morgen, da zieht von Dänemark etwas Regen auf. Hier im äußersten Norden und auf den nordfriesischen Inseln, da haben wir aber leichte Plusgrade, also keine Gefahr von Glatteis. Sonst kann es dagegen rutschig werden, denn es wird sehr frostig mit Tiefstwerten von minus 1 bis minus 10 Grad. In Bayern, da geht es stellenweise auch mal unter die minus 10 Grad Marke. Und zudem haben wir hier im Süden einen sehr lebhaften Nordostwind. Besonders stark weht er im Schwarzwald. Hier auf den Gipfeln, da drohen sogar Windböen um 100 kmh und somit auch Schneeverwehungen. Tagsüber bleibt es in der Südhälfte frostig kalt und auch ganz schön windig. Und mit diesem Wind, dem böhmischen Wind, da schwappt so eine Hochnebelsuppe rein. Da bleibt es stellenweise auch mal den ganzen Tag übertrüb. Aber außerhalb dieser Hochnebelfelder, besonders hier im Westen, da gibt es dann strahlenden Sonnenschein. In der Nordhälfte, da wird es im Tagesverlauf auch wolkiger. Da ziehen von Norden ein paar Wolken herein. Da fällt dann in Schleswig-Holstein ein bisschen Regen, eventuell auch mal gefrierender Regen oder Schnee. Später gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Schneeflocken. Und im Laufe des Abends, da ziehen diese Niederschläge noch ein bisschen weiter nach Süden. Und wenn die dann auf gefrorenem Boden treffen, diese Niederschläge, dann droht wirklich Glatteis. Und das ist dann auch denn danach der Fall. Vom nördlichen Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern müssen wir in der Nacht auf Donnerstag mit gefährlich glatten Straßen rechnen. Und das ist dann auch ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020